Okay Leute, heute nichts mit meinem Abenteuer mit Mario oder so, das ist eh erstmal vorbei, sondern eine kleine Frage, ich werde euch jetzt zwei, zuerst einmal ein, ein, eines zeigen und danach das nächste. Ach herrje, ich habe vollkommen meinen Text vergessen. Äh, jedenfalls, ihr entscheidet danach, welches Intro ich dann benutzen werde. Okay, Nummer 1, Lucky 2. Hm, das war nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ah, Lucky 2, nicht dorthin. Okay, äh, okay, wenn ihr das mögt, dann schreibt es in die Kommentare, das werde ich danach wahrscheinlich benutzen. Okay, und hier kommt, jetzt kommt noch Nummer 2. Nummer 2, ihr könnt entscheiden, welches von beiden besser ist. Okay, ab geht's, Nummer 2. Okay, das waren dann auch alle. Man, naja, mein Favorit ist Nummer 2. Es sieht einfach einfach nur klasse aus. Naja, jetzt da ich das geregelt habe, viel Spaß Leute. Und nicht vergessen, kommentieren. Und wenn niemand was kommentiert, dann wähle ich halt eben Nummer 2. Ich , ich Vielen Dank.